Hey, hast du deine Hausaufgaben gemacht? Nö, haben sie denn die Klassenarbeiten kontrolliert? Ich habe noch andere Schüler. Und ich habe noch andere Lehrer. Wie kann es sein, dass du mich immer hops nimmst? Das ist alles wegen diesem einen, der diesen Schülerkalender rausgebracht hat, ne? Er hier macht sogar am 17. Juni ein Fantreffen im Thalia Berlin. Ich werde ihn mir an diesem Tag vorknüpfen. Holt euch alle kostenlose Tickets und seid dabei, wie ich ihn auseinandernehme. WAPATA!